So, herzlich willkommen zurück, liebe Leute, wieder in Warsaw mit einer zur Hälfte reduzierten Truppe. Und sind hier drei Leute schon verstorben, und zwar zwei ganz, ganz wichtige, unser Soldat Christoph und der Offizier Henrik, den wir gerade erst bekommen hatten, der ist direkt verstorben. Wir können jetzt eigentlich nur noch gewinnen, ich gehe nicht davon aus, dass wir die nächste Mission schaffen. Und wenn ja, haben wir vielleicht in der übernächsten Mission ein Problem, aber wir versuchen einfach, solange es geht, durchzuhalten. So, wir haben hier im Kodex neue Einträge. Genau, der Schießbechersoldat. Als Handgranatenwerfer irgendwann nach dem Ersten Weltkrieg außer Mode gekommen waren, erlebte das Konzept von gewehrmontierten, gewehrgeladenen Werfern einen beträchtlichen Aufschwung. Eines dieser neuen Geräte ist der 1942er Schießbecher, der vor allem von deutschen Soldaten zusammen mit Karabiner 98 Gewehren benutzt wurde. Ja, also quasi ein Granatenverschussmechanismus. Und die Offiziere, solche höherrangigen Soldaten unterscheiden sich von normalen Wehrpflichtigen durch unterschiedliche Rangabzeichen und andere Uniformen. Dieser Offizier trägt das Abzeichen eines Leutnants des niedrigsten Offiziersrangs innerhalb der Wehrmacht. Der Dienstgrad ist traditionell Ausdruck der Autorität, kommt jedoch in verschiedensten Truppengattungen vor und umfasst gleichsam Infanterieanführer oder chirurgische Assistenzärzte. So, dann haben wir den Panzerjäger. Zwar verfügt normalerweise die Mehrheit der deutschen Einheiten über verschiedene Waffen zur Fahrzeugbekämpfung, doch es gibt auf dem Schlachtfeld auch spezielle Trupps, die mit dem wirkungsvolleren Panzerschreck-Raketenwerfer ausgestattet sind. Solche Spezialtrupps werden vor allem im dichten Stadtgebiet häufiger eingesetzt, da die traditionellen Kampffahrzeuge hier ihre Vorteile weniger gut ausspielen können. Wenn du solche Spiele magst, kannst du dir auch mal Dead in Vineland anschauen, ist aber nicht so schwer. Werde ich mir mal anschauen. Ich meine, ich hätte das mal irgendwo auf Steam auch mal gesehen. Dead in Vineland oder sowas. Vineland, Vineland, ich weiß es nicht mehr. So, dann haben wir noch das Brennkommando. Obwohl Flammenwerfer in Einheiten der Wehrmacht nicht allzu häufig zur Anwendung kommen, sind sie dennoch ein probates Mittel. Warum habe ich eigentlich den Chat unterhalb meiner Spielaufnahme? Fällt mir jetzt erst auf. Ihr könnt den Chat gar nicht mitlesen, das tut mir sehr leid. Das ist irgendwie mal verrutscht oder so. Jetzt müssten die Sachen angezeigt werden. Das tut mir sehr leid. Naja, obwohl Flammenwerfer in Einheiten der Wehrmacht nicht allzu häufig zur Anwendung kommen, sind sie dennoch ein probates Mittel zum Ausräuchern von Schützengräben sowie befestigten Gebäuden und werden bei den entsprechenden Operationen eingesetzt. Eigens geschulte Varianten dieser Truppengattung wurden nach Warschau entsandt, um sich speziell der Zerstörung kulturell relevanter Gebäude zu widmen und aktive Terroreinsätze gegen Aufständische zu verüben. Ja, will man nicht begegnen, aber gehört in dieser Art von Kriegsführung im Kampf natürlich in der Stadt dazu. So. Ich glaube, die Situation ist in Wohler eigentlich am schwierigsten, aber da können wir aktuell nichts machen. Wir hätten hier diese Panzer-IV-Missionen, das möchte ich wirklich nicht. Ja, risikoreiche Nazi-Patrouillen. Was sind denn risikoreiche Nazi-Patrouillen, bitte? Hm. Genau, der hat ja einen Hit bekommen. Das ist ja ein Wirbungshit. Acht pro Tag. Ne, ich werde, glaube ich, hier wieder in Praga aufmarschieren. Ich glaube, das ist das Beste. So. Mit allem, was wir haben hier, kann ich hier auch irgendwie alles anwählen. Ne, das geht, glaube ich, nicht. Das werden wir mal rausnehmen. Ne, das nicht. Das war zu viel. Das wollte ich haben. Und Verbände sind mir auch ganz wichtig. Dann nehmen wir mal lieber die sechs raus. Nehmen die fünf Verbände mit. Und auf geht's. Jetzt bin ich gespannt. In alle Richtungen können wir hin. Na denn. Schauen wir mal. Hier ist eine Vorratskiste. Du hast den Leichnam eines Aufstandsmitglieds entdeckt. Seine Ausrüstung sollte nicht verschwendet werden. Oh ja. Aber immerhin einen Kompass. Leider nur den anderen. Ihr könnt euch jetzt mal einen Kompass einsetzen. Ne. Das geht nicht im Inventar-Menü. Das geht nur hier. Äh. What are you doing? Warum hat er den abgelegt? Manchmal ist das ein bisschen komisch irgendwie. Jetzt hat er die doch alle wieder abgelegt. Okay. Ähm. Vorräte kann ich auch nie aufnehmen. Damit ich müsste irgendwas fallen lassen hier. Vielleicht 48 davon. Und dann die Vorräte mitnehmen. So. Jetzt benutzen wir mal den Kompass. Da haben wir so viel AP nämlich schon verschwendet. Nehmen den anderen Kompass nochmal mit. Okay. Vorräte sind ja sehr sehr wichtig hier. So. Dann gucken wir mal. Aha. Hier ist also. Eine deutsche Truppe. Feindpräsenz. Als du dich der Straße entlang bewegst, bemerkst du einen kleineren Feindtrupp. Du erteilst deiner Gruppe den Feuerbefehl. Bin ich mal gespannt. Was mit 0 von 4 hier gemeint ist. Das ist nämlich auch immer nicht klar. Was ist das denn hier für einer? Ein Dürrlewanger-Soldat. Ach. Das ist diese. Diese. Diese Einheit von SS-Leuten, die sich glaube ich aus Konzentrationslager-Häftlingen rekrutiert hatte. Ich glaube irgendwie sowas. Das ist eine ganz, ganz brutale Einheit logischerweise. Von wirklich verzweifelten Leuten, die ja, den entsprechend da unterwegs waren. Unter ganz, ganz schwieriger Ideologie. So. Das macht beides wenig Sinn. Ich glaube, den will ich eigentlich am liebsten unterdrücken, oder? Der Finte. Warte mal, bewegt den Soldaten in eine andere Reihe? Das geht doch gar nicht, wenn der hier steht. Kriegt er dann dann wenigstens diesen, diesen Block? Aber wenn nicht, dann hätten wir hier schon ein erstes Problem. So, was hat sie? Laufende Versorgung. Ah ja, okay. Wer hat dieser Verbündete geheilt? Das hat uns natürlich auch gefehlt. Bisher. So, Schutzengel steht sie zu weit vorne, ist klar. Äh, haha, oder macht er einfach den Einzelschuss? Hm, ich will aber eher den hier verfinden. Ja, das ist mir wichtiger, weil ich glaube, der kann richtig hart austeilen. So, Truppenversammeln, der Gewehrschütze wird gebufft, Robustheit. Aber da muss ich mich jetzt ja erstmal nicht mit beschäftigen. Ähm, wie viele Ticks? Einen Tick nur noch. Oh, das ist natürlich doof. Das Problem ist auch, er macht hier zwei Sachen zugleich, aber er hat natürlich nicht unendlich AP. Das geht wieder nur nach hinten. Das wäre immerhin ein bisschen Flankierungsschaden, aber wir treffen nicht. Okay, war das so gering? Haben wir wohl nicht getroffen. Feuer öffnen ohne Treffer, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So, wir sind aber immer noch nicht aufgefüllt. Also nehmen wir jetzt mal den Schuss auf den Offizier mit 16 Schaden. Jetzt darf er noch? Ne, doch, er darf. Geißel. Blutungsschaden. Das sollten wir gleich auf jeden Fall behandeln. Denn, äh, ich glaube, das heilt auch diese Effekte, oder? Ich hoffe, dass es das tut. Sonst haben wir ein Problem. Ja, tut es. Sehr gut. Ah, ne, doch, wir haben noch mal sieben Schaden erhalten, der der Effekt bleibt. Das wusste ich nicht. Okay, auch wieder was gelernt. So, jetzt, die haben noch drei, wir noch zwei. Aktivierungen. Ich könnte den noch mal abfinden, aber ich muss natürlich irgendwann auch anfangen, mal Schaden zu machen. Ähm, der Einzelschuss geht aber nur auf den Hinteren wieder. Das ist alles nicht gut, weil ich habe hier wirklich Sorge, dass der uns hier große Probleme bereitet. Naja. 61 Prozent ist natürlich eine geringe Wahrscheinlichkeit. Relativ. Gesehen. Zur Strecke bringen. Okay. Ah, ist jetzt die automatisch Gehalte. Habt ihr das gesehen? Das hat funktioniert. Sehr schön. Das ist eine gute Fähigkeit mit der laufenden Versorgung. Ähm. Ja. Schnappschuss. 77, 78, 71. Versuchen wir jetzt mal, den Offizier auszuschalten. Das scheint mir hier die beste Taktik zu sein. Oh, Jadwiga kriegt richtig auf. Auf ihr Maul. Sie kriegt sechs Punkte schon mal geheilt. Da geht viel. Das ist gut. Ah. Jetzt wird sie natürlich wieder Tage, das meine ich, sie wird jetzt Tage im Krankenhaus verbringen müssen und ist nicht einsetzbar. Also sie ist einsetzbar, ist aber halt nicht geheilt. Das ist das Problem. Das ist echt nicht gut, ne? So, wir heilen erst mal. Klar, es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir kriegen ja eh noch Schaden reingedrückt ohne Ende. Nö, das war ein Fehlschlag. Sehr schön. Aber er hat Bluten bekommen. Wurde aber wieder automatisch geheilt. Oh, das ist echt gut. Also die Fähigkeit, die ist richtig Bombe. Die bringt uns doch eine Menge. Leider nur 61 Prozent. Aber ihn könnten wir jetzt mit etwas Glück töten. Ja! Offizier ist schon mal weg. Damit ist eine Aktivität schon mal weggenommen bei den Deutschen. Oh, der macht so viel Schaden mit seinem Granatbecher hier. Das ist unglaublich. Immerhin keinen Verbrennungsschaden mehr. Aber jetzt muss sie auf jeden Fall nochmal sich heilen. Ganz wichtig. Überleben ist jetzt hier alles. Alle gehen so auf sie. Was ist denn das? Gut, dass sie diese Heilungsgeschichte hat. Das wäre sonst wirklich kritisch. Und... Ja, das ist blöd, dass die Fähigkeit nur auf hintere Einheiten geht, wenn die vorne stehen. Das ist ja echt mega bescheiden. Ja, 61 Prozent. Aber wir müssen es probieren. Irgendwie muss ich Schaden auf diese Einheit kriegen. Die hat noch 80 Lebenspunkte. Das wird jetzt hart. Das wird wirklich hart. So, sechs Punkte wieder gekriegt. Tortur geht weiter. Wir brauchen Heilung. Anders geht's nicht. Fehlschlag, sehr gut. Wir können jetzt hier Schutzengel anwenden. Machen wir auch. Was? Ach so. Vor der Einheit. Ah, müssen wir hier austauschen. Mist. Dafür extra ein AP aufwenden. Natürlich wie doof. Okay, das war gut. Fehlgeschlagen. Nächste Runde fünf. Und jetzt kann sie ihn mal nach hinten ziehen. Wobei, macht ja eh keinen Unterschied, ne? Na, endlich mal Schaden gemacht an dem Arsch. Das war notwendig. Wir haben auch genug Munition dafür schon verschwendet. Okay, sie hat gleich wieder geheilt. Sehr schön. Ähm, Schnappschuss. Auf ihn, bitte. Ja, kritisch. Oh, nice. Oh, 20 Schaden auf ihn. Und er brennt. Oh, kritischer Treffer. Plus 17. Oh, er wurde gut geheilt. Das ist natürlich wichtig. Und sehr wertvoll gewesen. Sie hat nur einen Punkt übrig. Wir sollten mit ihr jetzt nichts mehr machen. vielleicht mit ihm noch mal eine Finte. Oder noch mal die Munition aufwenden hierfür. Ja, wir haben keine große Wahrscheinlichkeit zu treffen. Also geben wir hier die Finte aus. Okay. Mist. Acht Schaden, ey. Meine Güte. Also ich muss erstmal ihn hier heilen. Ganz wichtig. 22 Punkte. Jawohl. Und er darf wieder. 15 Punkte. Also, was wir gerade bekommen haben, haben wir wieder verloren. 9 Punkte kriegt er aber direkt geheilt. und dann gehen wir direkt, würde ich sagen, es ist immer noch so wenig Trefferchance hier einfach. Das ist echt mies. Den können wir jetzt gar nicht mehr einsetzen, den Einzelschuss. Weil die Einheiten nicht weit genug hinten stehen. Wir können sie aber auch nicht zurückdrängen. Hm. Ach, diese Fähigkeit geht auch nur auf die Hinteren. Wir haben auch nichts mehr zum Verschieben hier. Das ist ja echt bescheiden. Bleibt mir im Prinzip nichts anderes übrig, als jetzt die ganze Zeit mit dem MG so rumzuballern. Oh, der macht maximalen Schaden. Aua. Ah. Fuck. Mein Musikantenknochen. Ey, Musikantennerv, kennt ihr das? Ah, wollte ich mich abstützen. Ah. Unangenehm. So wie das Spiel gerade auch sehr unangenehm zu spielen ist. Verbrennen. Ja, sie muss sich jetzt heilen, ne? Mit der letzten, mit dem letzten Aktionspunkt, den sie hat. Sie kriegt auch noch mal 15. Verdammt. Immerhin kriegen die beiden jetzt immer so eine kleine Heilung rein, aber es scheint trotzdem nicht zu reichen. Die Wahrscheinlichkeit, damit zu treffen, ist halt viel zu gering. Wenn wir treffen, machen wir gut Schaden. Das war jetzt zum Beispiel ein guter Hit. So langsam kommen wir dem Ziel näher. Zeigt euch ihr Ratten, okay. Sie muss sich auch wieder heilen, das geht nicht anders. Die ganze Zeit am heilen hier. Aber da seht ihr mal, wie wichtig so eine Sanitäterin ist. Ohne die brauchen wir keine Mission zu bestreiten. Das ist völlig irrational, ohne eine Sanitäterin rauszugehen. Das macht keinen Sinn. Wie kriege ich die denn jetzt nach hinten? Ich habe keine Möglichkeit, die nach hinten zu schieben. Das ist auch so ein Ding. Das ist eine Fähigkeit. Wenn du die nicht drin hast, dann stehst du mit zwei Leuten in der Front und kannst nichts mehr machen, außer eine einzige Fähigkeit. Das ist natürlich auch irgendwie unglücklich dann. Ich habe jetzt tatsächlich keine Möglichkeit mehr. Ich könnte immer noch darauf hoffen, dass das funktioniert hier, aber komm, einmal machen wir es noch. Doppelfehlschlag, natürlich. Das war klar. So, jetzt müssten wir zwei Anhalten heilen. Okay, sie hat sich selber gut geheilt, sehr gut. Aber dafür muss er jetzt geheilt werden. Keine andere Möglichkeit. Und sie hat gleich keine AP mehr. mein Gott, das zieht sich in die Länge. Das ist halt, wenn man die unausgeglichene Truppenkomposition hat. Das ist, ich sage ja, das ist auf Dauer nicht zu schaffen. Kriegst du nichts mehr gebacken, da bist du quasi sofort tot. Zack, 15 Punkte. Fünf hat er noch, dann ist er weg. Das reicht jetzt aber auch so langsam mal, ey. Sie kriegt auch wieder Schaden rein. Oh Mann. Bitte. Ja, endlich, ey. Der ist schon mal weg. So. Sie hat, kann sich nur noch selber heilen. Keine andere Möglichkeit mehr. AP sind weg. Er darf nochmal, zum 50. Mal mit seinem Angriff, rum. Kritischer Treffer, sehr gut. Sehr, sehr gut. Noch 10 Punkte, das müssen wir doch schaffen irgendwie. Ja. Oh Gott. Aber schaffen wir das noch mehrmals? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein, weil uns fehlt einfach die, die Abwechslung der Einheiten, die Variation, die fehlt. Können wir jetzt mal plündern so ein bisschen. Ja, wir haben auch keine Slots mehr frei. Ich gebe auf, Leute, wisst ihr was? Das hat, das hat so keinen Zweck. Also, wir sehen ja jetzt hier schon die Tage, die die im Krankenhaus verbringen, das ist unschaffbar. Also, man muss ganz, ganz, ganz defensiv vorgehen mit den Leuten, um länger zu überleben. Das ist ganz eindeutig. Also, wir können das nur abbrechen. Das ist nicht schaffbar. Ja. So. Ja, vier Tage, nur noch 93 Prozent. Man sieht auch, das geht dann rapide runter allmählich. Und wir gehen in das Event. Schlechte Neuigkeiten. Bei einem Artillerieangriff der Wehrmacht wurde in Powiesle ein Kraftwerk beschädigt, das sich unter der Kontrolle des Aufstands befindet. Da dies einer der wenigen Anlagen ist, die die Einwohner von Warschau und die Werkstätten des Widerstands mit Strom versorgen, ist es von größter Wichtigkeit, den Betrieb zumindest teilweise aufrecht zu erhalten. Trotz des vorbildlichen Einsatzes der Kraftwerksarbeiter kann unmöglich vorhergesagt werden, wann die Reparaturarbeiten abgeschlossen sein werden. Wir haben jetzt hier Scham und Wissen? Womit wird denn das ausgerollt? Mit welchem Charakter? Und auf welcher Basis? Das weiß ich ja überhaupt nicht hier. Die Arbeiter einteilen und ihre Reparaturen wenn nötig überprüfen. Versuchen so viele nicht involvierte Zivilisten für die Sache zu rekrutieren wie möglich. Wäre jetzt auch mein Ansatz gewesen mit Scham. Ach so, das sind die Werte hier. Jetzt zeigt er mir das an. Da könnten wir Kaji mir jetzt für verwenden mit 80 Prozent. Bei Wissen hätten wir hier 70 mit Jadwiga. Wir nehmen mal die höhere Wahrscheinlichkeit natürlich. Du kannst zwar nicht mit Fachwissen dienen, aber es ist immer Platz für ein paar helfende Hände, die sich um alle anstehenden Aufgaben während des Reparaturvorgangs kümmern. Du konntest zahlreiche Warschauer rekrutieren, die sich bereit erklärt haben zu helfen. Wie sehr die Reparaturarbeiten dadurch beschleunigt werden, lässt sich nur schwer sagen. Aber du bist dir relativ sicher, dass der Aufstand schon bald wieder mit genügend Strom versorgt wird. Weitermachen. In Ordnung. So, Tag 12. Und man sieht, ja, das geht hier rapide abwärts. Naja. Ich habe ja auch Framedorf zwischendurch. Warum eigentlich? Hm. Bisschen eigenartig. Ja, also ich würde schon behaupten, ich probiere das in einem neuen Run. Ich habe jetzt schon wieder so viele wesentliche Dinge über das Spiel gelernt. Wir können höchstens noch eine Einheit hier raus rekrutieren, müssten aber eigentlich auf drei Leute verzichten. Das ist ja unschaffbar. Das sieht man ja schon. Also, ich erkenne an, dass die Entwickler hier ein ganz schweres Spiel machen wollten. Aber dennoch behaupte ich, wäre es für das Spiel besser gewesen. Man hätte eine Option gehabt, zumindest wenige Tage zwischendurch die Einheiten heilen zu lassen, bevor man in den nächsten Einsatz zielt. Denn man kann ja sowieso nicht an allen Stellen gleichzeitig sein. Man kann ja sowieso nicht alle Gebiete hier von Zermürbung und vor Zermürbung und vor Moralverlust retten. Das geht ja sowieso schon mal nicht. Dann brauche ich es ja nicht noch künstlich schwer machen, indem ich sage, ja, du musst aber jeden Tag, wenn du wieder zurück bist, sofort einen neuen Einsatz wählen. mit Einheiten, die dann völlig durchverletzt sind oder mit Truppen, die du nicht hast und musst damit weniger losziehen oder so. Klar, dadurch wird das Spiel noch schwerer. Aber ich finde es fast ein bisschen zu heftig an der Stelle. Also, ist so eine Präferierungsgeschichte, ne? Euch in Orkota könnten wir hier ein bisschen boosten. Ja, wird sich etwas lohnen tatsächlich auch. Naja, also hier könnte man wirklich jetzt weitergehen und wir können mal gerade den Kodex nochmal schauen. Wir haben hier den Dirlewanger-Soldat. Ah, okay. Diese Soldaten sind Mitglieder der SS-Sondereinheit Dirlewanger und ein furchterregender Haufen unterschiedlichster Nationalitäten, die für Aufstandsbekämpfung eingesetzt werden. Obwohl die meisten von ihnen einen kriminellen Hintergrund haben, stammen einige der Mitglieder der Sondereinheit auch von den sogenannten Ost-Gruppen wie die Rona-Division sind sie Teil der gemeinsamen Kampfgruppe Reinefahrt und für ihre besondere Brutalität berüchtigt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich meine, ich habe gelesen, dass Teile davon auch aus KZ-Lagern rekrutiert wurden. Das müssen also auch besonders verzweifelte Menschen gewesen sein zum Teil und eben wahrscheinlich auch irgendwelche, ja, wie es hier steht, Kriminellen. Müsste ich nochmal mich einlesen, um das hier genauer einordnen zu können. Auf jeden Fall ein ziemlich furchterregender Gegner. Haben wir ja auch gesehen, 80 Lebenspunkte, mit dem haben wir uns lange herumgeschlagen hier. Naja, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich den Run. Es ist der 12. August. Wir haben mehrere ganz, ganz schwerwiegende Fehler gemacht, die wir aber als solche noch nicht ahnen konnten. Also als Spieler, das war ganz schwer so einzusehen. ist frustrierend, aber ist nun mal so und dann würde ich sagen, beim nächsten Run probieren wir es eben besser zu machen und haben auf jeden Fall einige wertvolle Lektionen schon mal gelernt. Wir sind noch nicht ganz am Ende, aber ich behaupte, man sieht jetzt schon, wenn ich jetzt hier zwangsläufig wieder eine Mission wählen muss, kann zum Beispiel hier eine machen, hol zurückgelassen, ausrüsten der Deutschen zurück. Das wäre ja noch ganz okay. 5 Tage Mission, aber ich habe halt, mit 12 Punkten brauche ich sie nicht mehr aufmarschieren lassen und eigentlich auch die beiden nicht. Das ist eigentlich genauso. Die sind kurz vorm Tod. Also, das ist, meiner Meinung nach ist das so nicht mehr zu schaffen. Das ist einfach zu heftig mit der Schwierigkeit. Entweder müsste man dann sagen, komm, ich habe hier einen Button, der sagt, hier, dann warte halt 3 Tage und die Leute sind wieder bei Gesundheit und nimmst du sie halt beim nächsten Mal mit. Ist ja nicht so, dass wir durch die verlorenen Einheiten es sowieso schon viel schwerer haben. Da muss ich jetzt ja nicht noch sagen, die sind halt jetzt nur noch mit halber Gesundheit ausgestattet. Also, das finde ich dann auch ein bisschen, ist für mich ein bisschen overdone, aber na gut. Also, merken kann man sich auf jeden Fall, um das Spiel bestehen zu können, darf man im Prinzip keine der wesentlichen linken Einheiten hier, also die, die man hier hauptsächlich in die linke Ebene hier reinbekommt, die darf man nicht verlieren. Wenn man die verloren hat, ist es im Prinzip gelaufen, weil dann fehlen einem ganz zentrale Fähigkeiten. Wir haben eben gesehen, was Jadwigas Fähigkeit, laufende Versorgung, Wert gewesen ist. Die hat uns im Prinzip am Leben gehalten, sonst wären wir auch mit der Gruppe gescheitert. Also, das ist schon richtig heftig. Hier stehen übrigens die Eigenschaften drin, Wissen und Intuition. Auch deswegen ist es zum Beispiel unglaublich wichtig, die vier Leute zu behalten da, oder die drei am Anfang, und keinen zu verlieren. Also, wenn man da einen von verliert, ist im Prinzip eine Nebenfigur wie Antonina, schade drum, aber kann man noch verkraften. Aber die hier, das verkraftet kein Spieldurchgang, behaupte ich jetzt mal. Also, ja, das muss man sich eben merken. Soldaten verlieren, no way, lieber die Mission abbrechen, als dass man auch nur einen Mann hier verliert, weil dann, oder eine Frau, weil dann ist es im Prinzip schon vorbei. Gut, mit dieser zentralen Erkenntnis verabschiede ich mich erstmal von euch für heute, und bedanke mich fürs Zusehen bis zum nächsten Mal in einem neuen Run. Da werden wir es dann nochmal neu probieren. Bis dahin macht's gut, weil Tastenauer sagt, ciao, ciao.